Hallo und Herzlich Willkommen zu einem neuen Video Heute gehts um einen Donut und zwar mit dem schönen Carolina Ripa Pulver 1,5 bis 2,2 Millions Kohl Ich bin Micha und das ist der Carolina Ripa Donut Mit 2,2 Millionen Skubel. Guten Appetit. Interessant. Süß und scharf. Süß und scharf. Wow. Hm. No. Hm. Scharf, süß. Auch mal ne Variante. Hm. Ja. Ich würde sagen... Ich würde sagen, das war's von dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Haut rein Leute. Ciao. Ja. Ja.